Musik Schönen Tag noch. Merci, ade. Hallo zusammen, ich bin Achmed, ich bin in Zeni. Ich mache momentan eine Ausbildung als Detailands Fachmann FZ in Soccer. Es bereitet mir eine Freude, draussen zu arbeiten, weil es einfach abwässlich ist. Damit der Hund den Laden betritt, muss natürlich der erste Eindruck von draussen stimmen. Es muss natürlich dementsprechend sauber und ordentlich sein. Hallo, ich bin Arbenita, ich bin 21 und mache eine Lehre als Detailands Assistentin EBA. Ich sehe gerne die glücklichen Gesichter des Kunden, wenn sie einen Kaffee mit einem wärmen Giffen nehmen. Wir haben unsere eigenen Produkte und bereiten vieles frisch zu. Was ich auch mega schätze, ist unser Team. Denn wir sind wie eine Familie. Wir helfen uns, sei es geschäftlich oder privat. Egal was sie ist, auch wenn es um schulische Sachen geht. Wir können immer zu unserer Lernbetreuung gehen, weil sie sich nicht mehr für uns tut. Sie hilft uns wohl sicher. Ich schaffe sie ja gerne bei Soccer, weil die Leute cool sind. Das war's, danke fürs Zuhören, wir freuen uns auf die Bewerbung. Das war's, danke.